So Freunde, ein herzliches Hallo und auch ein herzliches Willkommen zurück zur neuen Folge Far Cry Primal. Ich glaube ich hole mich mal direkt in die Falle, damit das jetzt gleich wieder Tag ist. Wobei andersrum könnte ich jetzt mal schon mal anfangen zu bauen und so alles, ne? Die wird gegärbt. So wo ist der Knacker da hinten. Aber mega, wie sie es alles hier vergrößert. Also es ist ja, dass die Schmerz, das sind doch nicht. Ach, das ist ja, 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 das ist ja. Nun haben wir los. Ich finde das ganz schön mega mit den Hüttenbauen eigentlich. So die Idee da hinten einfach. Mal hören, mal Pop-Shit zu überlösen. So jetzt haben wir den alten Knacker noch. Mal gucken, ob wir das verbessern können. Höhen-Geschnatter. Ich meine Zelt-Geschnatter. Ich persönlich hätte es mir ein bisschen gemütlicher gemacht. Anstatt da... Mir waren sogar Kinder oder was ist denn das? Es müssen noch viel mehr Brücken hier rüber gehen. Das ist nicht dieser Handwerk. Wo ist denn der? Der ist ja auch jetzt mit rübergekommen, ne? So, na gut. Hören wir mal zu der hier. Achso, das ist dieses, ähm, Gesetzgefäß. Hören wir mal zu dieser Handwerk machen. Ja, das ist das. Okay, das ist das. Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. ... und die Stimmung des Haiaia! ... und die Stimmung des Hauses! Zufa... ... und... ... und ich bin Sie. Ich bin Sie, Sie, Herr Dahl! ... und ich bin Sie! Wir sind mal los. gut Oh, Mammut. Nicht schlecht. Ich muss schon wer jetzt gejagt. Ruh, Ruh, Ruh. Aber mit F greife ich an. Oh, erstmal lenken. Ich glaub ich hab da ein dummes Gefühl das würde ich gleich sterben. Da ist es richtig wieder. Ja der geht gleich drauf. Nein. Ach man. Das ist ziemlich anstrengend. Das wird mir jetzt wohl noch öfters passieren kaputt zu gehen. Ich lege alle Nasehörner ernsthaft. Nein. Wir holen doch weg. Wir kommen. Oh. 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 Oh Gott. Oh. 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 Ah, das ist voll ein Asshorn. Oh, ja, ne, ist klar. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Richtiges, fettes Mammut. Was ist das? Was ist gemein, man kann sie als Mammut nicht ganz so gut wehren. Was ist das? 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 Der Elefant Das ist immer ein bisschen blöd, wenn die einem hinterherlaufen Nass und Geist Okay Nur wir beide Mano a Mano Nass und gegen Mammut Nass und gegen Mammut Nass und gegen Mammut Leg dich niemals mit an Mammut an Aber war ja nur ein Geist Was Ich wollte eigentlich für den Armlosen da nochmal eine Hütte bauen Ich wusste nicht, dass ich einfach so krass bin Nun baue ich jetzt mal für mich mal die Hütte Bum 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 Na Lennie? Ja, richtig Und mir füllt schiefe Alter, das darf doch nicht sein Warte mal, war ich doch irgendwas auf der Karte jetzt? Der Opa ist ja noch da Was soll das? Wo ist der Penner noch da hinten? Ich würde mich verarschen oder was? Wird schon wieder dunkel, was? Oh mein Gott So Das nervt einen, aber wir müssen ja den Opa denn Schwierbesuchen gehen, ey Mal schnell verfahren jetzt hier Oh Gott, das sind Wo sind die denn drauf los? Ich muss sowieso gucken, dass ich nochmal irgendwie am Schiefer gab es glaube ich nur am See, ne? Oder am Wasser Jetzt ist irgendwann noch ein fetter Löwen, übrigens Also abgesehen von meiner jetzt Wettrennen mit den Löwen Wettrennen mit den Löwen Hüppf Muss und der alte Penner jetzt Was soll ich mit diesem alten Bengel noch machen? Hüppf Weißt du, er ist der Tiger, weißt du? Aber kommt nicht rüber Was soll das du Penner? Kommst du zu jetzt hier? Nochmal Nochmal? Nochmal? Udan Maure Sharmadan Hey Pfff Nata Udan Ach was Ach was No dann Hüppf 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 Okay. Und deswegen war der jetzt mit von Oros. Gibt es da einer der Orten? Das ist ein Anhaltepunkt für sowas. Okay. Gut, dann habe ich sie im Garten und ich sagte, sagte, sagte. Ich freue mich auch dich zu sehen, aber nicht so stürmisch, mein Lieber. Okay, da oben also. Und was haben wir da wieder im Wasser? Irgendwie so ein hässliches Mistvieh. Habe ich ihn getroffen? Ja. Mist, das ist abgehauen. Und dann wieder ganz schnell zurück. Was ist das? Das ist ja ein Fisch, der so hin und her platscht. Und der greift die Wilfer auch nicht an. Es ist sehr blöd, dass der... Ja, ist halt so. So. Ähm. Erstmal müssen wir warten, bis es tags wird. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Da unten ist eine Schiefe und da unten ist dieser verkackte Fisch. Und da ist ein toter Fisch, den ich mir gerade... ...gerissen hatte. Und so. Gut. Es wird jetzt tags. Das ist der Vorteil. Die Wölfe hauen alle ab. Und dann versuche ich mal auf die andere Seite zu kommen. Das ist natürlich... Okay, das ist der böse Fisch. Da knabbert irgendwas an. Wahrscheinlich den Fisch, den ich mir gerade da geholt habe. Aber eine Schiefe, das brauche ich. Scheiße. Jetzt aber weg. Oh. Oh. Alles nur jetzt kein Bär, Alter. Was ist das? Wo ist denn jetzt mein Tier? Hier. Das ist ein Säbelzahntiger? Das ist ein Scheiß-Säbelzahntiger. Der kann ich natürlich noch nicht bändigen, ne? Meine Fresse. Das ist natürlich ein sehr schlechtes Ohrmann. Wo ist denn jetzt mein Tier hier? Boah, wieder abgeht, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist ja. 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 ich denke nicht dass ich den vor allem um ruhe zu haben okay ich wollte ja mehr prähistorische tiere da hätten wir schon eins du bist immer noch so verletzt komme ich allerdings auch so müssen schlagen können ich habe doch was gegessen nachher schon gemütlich vom see jetzt wieder auf natürlich hier und das ist dunkel und der säbelzahntiger ist nicht besiegt und weil der letzte checkpoint so freuen ob wir das jemals schaffen werden darüber zu kommen das werden wohl der nächste folge erfahren erfahren wenn wir das etwa verfahren ffff so bis dahin würde ich mal sagen auf ein baldiges wiedersehen mit euch schnuffelts ja komm her das hast du trotzdem gut gemacht hey hey du da süßes ding säbelzahntiger kann ich eh noch nicht es säuft oh nein es ist ja süß es säuft okay bis zum nächsten mal freunde bevor ich mich hier total verniedliche also ciao ja 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 einfach ja 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 Far Cry Primal